am kommenden wochenende wird es so richtig warm und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem wetter ja heute und morgen ist das wetter noch etwas durchwachsen ab und zu kann man ein bisschen regen runterkommen und ein gewitter ist hier und da auch mit dabei ab mittwoch beruhigt sich dann die ganze wetterlage und an christi himmelfahrt ist dann morgens mit bodenfrost hier und da zu rechnen aber dennoch wird es ein richtig schöner tag die temperaturen steigen langsam an und zum wochenende hin erreichen wir sogar temperaturen zwischen 25 und sogar 30 grad als hier ist dann auch bestes wetter geboten für irgendwelche ausflüge spaziergänge oder auch einfach nur zum sonne tanken ich wünsche euch eine ganz tolle zeit und einen guten start in diese woche wenn euch das video gefallen hat lasst doch gerne einen daumen nach oben da und abonniert diesen kanal tschüss und bis bald